Lass es. Lass das. Lass das. Mein Gott. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Episode Rainbow Six Siege. Wir sind hier wieder auf dem Hafengelände des Hamburgs. Hamburgs, ja. Hamburgs, meine Perle. Am plattdeutschen Strand. In die Fische im Wasser. Und weiter kann ich den Text nicht. Dabei komme ich von dort, ne? Christy ist unter mir. Zu halbwegs, ne? So, ich muss mal kurz die Lobby wechseln, also eine Art Räumsche. Hi, Kim. Hätte ich gesehen. Nee, ich war doch hinter der Wand. Naja, egal. Einer ist quasi vorneweg, hat den Bereich schon mal rückgesichert. Ja, siehst du grad. Ist der hoch oder runter? Ist der hoch oder runter? Ist egal. Ne, nicht wegrenne hier. Habt ihr die, äh... Toll. Gehen sich alle gegenseitig. Schön. Gut. Geht jetzt. Ich glaube, wir werden es nicht schwer haben. Ich mach mal kurz auf. Hallo. Den hole ich mir. Ach cool, hier ist reinforced und so. Hier nicht. Hi. Hm. Mach ich nicht durch. Das Ding ist unten, ne? Ja, ich bin direkt da. Oh, da war der Gegner. Wo? Äh, da wo ich rein bin. Direkt. Der da? Ja. Dankeschön. Ich glaub, der hat ein ganzes Team vorher getötet, alter. Kann das sein? Das ist ein richtiger Profi. Warum hast du nicht T-Bagging gemacht? Hab ich danach gemacht, aber es kommt nicht mehr in die Camp. So, oh scheiße, ich könnte ja T-Bagging machen. Ja, ja, so nach... Oh fuck, hab ich was gepasst. Ja. Gut. Da verlassen ausrechnet die das Spiel, die getrollt wurden. Ich... Das hasse ich so tief. Ich meine, es muss als Element eigentlich rein, weil es einfach vom Taktischen her dazugehört, dass es halt schief gehen kann, dass du aufpassen musst. Ja, das gehört zum Gehen. Sonst rennst du durch und ballerst alles weg. Echt. Aber so kannst du echt Leuten den Spaß verderben. Ich meine aber auch, dass Ubisoft da reagiert hat und da entsprechend Patches, glaube ich, bringen will. Ja. Dass man so frei nachdem wahrscheinlich irgendwie so... So viele Teamkits und dann bist du... Und tschüss. Wenn du zwei in einer Runde nach dem Motto so... Weißt du, einer kann immer mal passieren. Ja, innerhalb von kürzester Zeit, weißt du. Ja. Dann müssen wir ja nur einen Eye-Touch fahren. Ja, richtig. Wie fühlt er sich dabei? Ja, man weiß es nicht. Eye-Touch. Nun. Im Einsatzbereich bleiben. Soll ich hier schön reinforcen alles, kenn er ja, ne? Verstärkung der Wand beendet! Missionszone... Hier könnten sie rein. Ähm... Ich mach mal hier ein C4 über die Treppe. Du sagst Bescheid, wenn sie da kommen. Du hast ja da bestimmt einen Blick für, ne? Oder nicht? Ja... Kann man so sagen. Ich auch, ne. Jetzt gehört hier meine Störer überall hin. Und noch eine Weste mitnehmen. Und auch. So, hier kann man nämlich auch noch... Kann ich gar nicht mehr machen. Äh, was? Eine Weste gewitt? Da nehm ich doch einen mit. Und dann... Guckt mal einer hier auf die Kameras. Ja, ne? Habe ich nichts dagegen. Ja, blöd, ne? Bleibst halt draußen. Ja... Ja, ne, ne? Guckst du Kameras? Ne, gerade nicht. Sind wir schon geschossen? Ja, die sind wahrscheinlich im Treppenhaus. Wahrscheinlich. Kannst du mal ins Treppenhaus schauen? Oh, das ging aber schnell. Wie haben die den jetzt gefunden? Ah ja, da war was. Treppenhaus? Ne, außen. Äh, wie gesagt, du musst ansagen, ne? Ich kann da C4 zünden. Oh, hinter dem einen im Treppenhaus hat einer eine Clusterbombe in den Flur reingehauen. Ja, die kommen durchs Fenster im Flur. Da wo der Pate am Verbluten ist. Da kommen sie rein. Idiot! Nein, Alter, wie? Ich habe ihn nicht mehr davon. Weißt du, warte, wo bin ich? Achso, da bin ich. Ich konnte ihn nicht anders töten. Nein, sie kommen durch die Tür. Fuck! Was für ein Bock von mir. Ey, die sieht aus wie so ein Manga. Bist du dort? Bist du da? Fuck, Mann! Ich höre mein Scheiß-Stick-Aiming, ey. Ich habe mir extra ein ganz minimales Loch reingehauen. Und da hatte ich die ganze Zeit im Visier und ich konnte es nicht richtig anvisieren, ey. Das ist doch zum Kotzen. Ich würde gerne meinen C4 starten, aber es funktioniert nicht so ganz. Weil jetzt ist genau der richtige Fleck. Ich glaube, er stirbt. Oh, der hat sich selbst revived. Oh, und auch. Ich habe nur den Balken gesehen, weil ich war auf Kamera. Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe zugegriffen. Er hat sich schon gedacht, so, okay, easy. Der ist selber revived. Oh, nee. Das sucks. Das ist halt noch cool als Doc, ne? Wenn du dich so selber wiblen kannst. Ja, das ist ein Vorteil. Aber du hast ja gesehen. Wenn du unter Umständen rennst, dann voll rein. Ja. Dann kannst du auch nicht mehr machen. Das ist klar. Ach, nee. Ey, Leute. Ganz ehrlich. Kauf euch andere Operator. Ja, ey. Ohne Scheiß, Mann. Kann ja nicht sein, dass ihr alle die Gleichen habt wie ich. Dreckscheiß, ne? Mit dem Schild gehen, ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe mit dem Schild nochmal. Okay, ich folge dir dann. Oder du folgst mir. Also, ich sage, wo du hin sollst und du machst das. Alles klar. War auch drüber gesprochen. Ja? Das nennt man Teamwork. Piss Snake, ey. Piss Snake würde herpassen bei dem, ey. So, wo muss man denn hin? Guck mal, so. Ich gehe erstmal rein. Ich glaube, ich gehe ins andere Gebäude rein. Ich weiß nicht, in welche sich geeignet werden soll. Guck die Erdgeschosse durch. Alle fahren zu euch rüber. Hier höre ich doch schon was. Ja? Bei dir drüben war das. Warum kann ich da nicht rein? Warum sind das alles so weite Wege? Mein Gott. Waaah! Sie sind hier im ersten Haus, wo ich bin. Naja, da ist ein Störer. Ich habe es gefunden. Ich lasse ihn mal hier drinnen, wenn es geht. Ja, und ich bin mit meiner Drohne genau dann hingefahren, als er den Störer gesetzt hat. Haha, ich bin über den Störer drüber gesprungen. Gespottet? Ja? Du wirst du das? Nein, ich habe zwei Stück gespottet. Haben die Sinn? Habt ihr die Kamera ausgemacht? Ja, eine schon. Also die hinter uns war, die habe ich kaputt gemacht. Ähm, wir können mal schauen, ob wir von oben reinkommen können. Ja, macht das Sinn? Streusprengsatz eingesetzt. Also meins von oben einfach durchsprengen? Jupp. So, ich geh mal direkt ganz oben ins Treppenhaus rein. Hier kann ich... Ne, hier kann ich nicht. Hier bräuchte ich einen Termite. Irgendwas piept hier doch. Bräuchte einen Termite. Hast du einen Termite? Ne, ne? Oh scheiße, hinter uns. Hier könnte ich durch, Kim? Ja. Kommst du? Wir könnten hier durch. Wo? Bereit? Wo bist denn du? Da. Hier rechts. Hinter dir. Links jetzt. Leg dich einfach rum. Also dann sag das doch. Ja, warte, warte. Warte, ich schlag auf und wollte eine Granate rein. Ne, machen wir was schön mit Bums. Okay, ich mach Granate rein dann. Und sie ist runtergefallen. Wow. Friendly Fire. Warum hab ich denn da Schaden gekriegt? Das kann doch nicht sein. Ich hab dich getroffen dabei. Ja, aber hä, wieso? Hey Kim? Ja? In die Ecke wo ich gerade schaue, wenn du da mit dem Rücken hinspring... Wo bist du? Ja. Kommst du her? Ja, erzähl weiter. Wenn du da mit dem Rücken hinspringst, kannst du dich in der Ecke und du kannst das Schild nach vorne halten, ohne dass was passiert. Siehst du wo ich hingucke? Also hier soll ich so reinspringen. Da wo ich... Ja, rückwärts quasi rein und direkt in die Ecke rennen, dann kannst du dich im Raum umschauen. Clear? Anscheinend. Ja? Hier kannst du aufbolzen, ne? Ja. Ich hab immer ein bisschen Angst. Ja, ich hab Angst, dass die auf die Füße zielen, ey. Mach was soll's. Ja, war klar C4. Nice try. Ich hab meine Füße gesehen. Genau das war's mein. Fuck, 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 fuck. Komm schon. Nein! Ja, ja, ja. Drück, drück, drück. Nein! Ich musste nachgeladen. Alter, du hast drei Schüsse abgegeben. Wo musst du da nachladen? Alter, ich hab die ganze... das Magazin da reingeholzt die ganze Zeit. Du hast eben gerade erst nachgeladen, bevor der Typ rausgekloppt ist. Da waren zwei nochmal, Alter. Du hast den einen erschossen. Dann hast du nachgeladen, dann hast du drei Schüsse angegeben, dann kam der andere raus und dann hast du nochmal nachgeladen. Nein, nein, ich hab keinen erschossen da drin. Ich hab die ganze Zeit auf den einen geschossen, der dich erschossen hat. Ja, dann. Klingt eigentlich ganz gut an, ne? Dadurch, dass der andere alle gekillt hat. Ja. Und jetzt so, ne? Und danach hat's stark nachgelassen. Oh, wir haben den Kachanka. Oh, oh toh. Ich bin ganz oben. Sind wir oben oder unten? Ganz oben. That's nice. okay ich meiste wieder ein c4 hin und ihr sagt mir wenn sie im raum sind das wäre ganz gut die kunden ich hab noch einen störer übrig was soll ich mit dem machen ich den wieder zurückgeben ja die können sich eigentlich denken wo wir sind weil wir haben da also zugemacht geile ist halt dass wir die kombination aus dings hatten erstmal westen mitnehmen dass wir die kombination hatten aus kannst du kameras gerade nicht dann gehe ich halt eine kamera ist tot das eine drohe nur das einnitz im mittelgeschoss kameras ist gar nicht ich glaube die kommt von unten rein da müssen sie eigentlich schon fast das war ich also ich sehe gar nichts ja ne oh doch treppenhaus kommen sie durch jetzt treppenhaus ja küstenwache gang du sagst an wenn sie direkt im treppenhaus sind weil ich hab c4 geplant ich sehe jetzt gar nichts mehr gehen wir auf die eine die noch übrig ist im treppenhaus was denn du da c4 unter uns quasi über den parten da war einer der läuft aber läuft jetzt in richtung treppenhaus dauert noch ein bisschen bis er da ist oh 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 man ups alter will ich dich verarschen ja gut die waren schon direkt im gefecht die konnten gar nichts mehr machen da war einer mit schild wo die gegner sichern den bio gefahrgut behälter sofort die er mich trollt leid ach fuck it doch ach ne komm jetzt haben wir aber richtig fett kassiert ja die anderen lassen sich auch immer so leicht erschießen ey ich weiß ja nicht was da los ist weißt ja draußen einer tot einer liegt am boden von uns ich zünds c4 treff nur die eigenen bei das sind ein paar schöne minus auch das war sogar das ende der runde ja ja gott sei dank ey ich würde sagen stark angefangen und noch stärker nachgelassen nö kann man so nicht sagen na endlich ey ich bin ich wollte grad sagen ich bin ein alter der welche getötet aber es waren noch zwei andere von uns ja ja liebe freunde das war's wieder für heute eine folge äh ihr wollt schon trolling terrorist town sagen nicht ganz richtig rainbow six siege die sehen uns über morgen wieder bis dahin may the fun do with you abo 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 abo